33-tägige Andacht für die ärmste Priesterseele im Fegefeuer. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Deine Soße hat geliebt am Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Deine Soße hat geliebt am Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Deine Soße hat geliebt am Brot. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deines linken Fußes. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deiner Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33 Mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen. Anliegen kann man jetzt nennen. Gewährt werden Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Der im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele. Erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf. Die im Fegefeuers am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht, Erhöhung in meinem Anliegen. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen. Bitte für diese arme Priesterseele, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen, Maria mit dem Kinderliebe, uns allen deinen Segen gib.